Moin Pyros und herzlich willkommen zurück zu Pyro for Live KD. Heute im Test das Ultimate Mix vom Norma für 96. Ich habe schon alles aufgebaut. Das ist so der Inhalt. Da waren noch drei Packungen drin. Die habe ich schon direkt weggelegt. Und dann jeweils sechs Raketen. Ne acht. Ich habe jetzt vier aufgestellt von jedem einer. Dann beginnen wir hier bzw die Knatterblitze. Die können wir auch außen vor lassen. Das sind Klasse 1 Knatterfritze. Das kennt man ja. Dann machen wir hier die Packet Tracker. Ja, kann man machen zwischendurch. Nichts verkehrtes. Definitiv. Ja, ist jetzt nicht das Beste. Aber ja, kann man machen. So, dann haben wir jetzt einmal Niko Pyro Cracker. Machen wir jetzt auch eine Packung. Klasse 1 Knatterfritze. Klasse 1 Knatterfritze. so als nächstes die China Bella Deel. Die haben 1,5 Gramm NEM. Machen wir auch mal alle. So jetzt einmal die Mini Choco und die vier Elemente. So jetzt kommen wir wieder. ja ganz schön jetzt machen wir die vier elemente sehr schön sehr schön jetzt machen wir einmal die flash sehr schöne rakete jetzt machen wir einmal die gelbe turbo auch sehr schön jetzt machen wir die blaue turbo ja die war geht so und zu guter letzt die rote flash mit abstand der schönste finde ich das war das ultimate mix ja ist heute eine alternative wie das fire fantasy für das fire fantasy denke ich mal kann man machen für 690 macht er da nichts falsch vielen dank fürs zuschauen pyrus wir sehen uns beim nächsten video euer pyro for life kd music 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 .